Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparetoon 2 Heldemann los mit mir auf dem Nintendo Hier rummischerweise steht gar kein Let's Play mehr im Titel drin Warum? Naja, ist halt irgendwie out geworden und so Aber hey, man sagt es noch kein Let's Play, weil es ein Let's Play ist Obwohl der, ähm, Term Let's Play sich natürlich auch über die Jahre entfernt hat Na egal, ähm, auf jeden Fall, wir suchen jetzt Level 17, habt schon gefunden Wollen wir schon spielen oder noch nicht? Das ist jetzt die Frage Wollen wir schon hier ein bisschen umgucken in der Zone 4 Ach komm, lass uns spielen Level 17, in der Festung der OCTO-Kommandanten Uuuuuhh Jetzt, gibts richtig Auf die Mütz Hm, aber sieht geil so dunkel aus hier Hey Waffai, bescheid mir, empfehle dir wieder Daten Yay, Heldenschwapper, mein Lieblingsschwapper Das hier ist eine OCTO-Festung Naja Na gut Oh boah, ein Erfahrungspunkte, geil Cool Hier ist eine Ampel, die noch rot nicht leuchtet Nö, die leuchtet gar nicht mehr Arme Ampel Naja, gut Vielleicht ist ja noch ein Baudi auf der Festung, das kann auch gut sein So siehts mir grad aus Wie sich das dreht und dreht Immer im Kreis Im Kreis Und weiter im Kreis Hallöchen, Erfahrungspunkte Tschüss Nöhh Ouhuhhhh Uuuü hhhh H 115 Jaed Hb property Ja drauf, dankeschön Muss hier nochmal was zu holen Hä Da sollt man so zwanzig Jahre bis der Entwurf fertig ist hier So nochmal þeassverwahrungspunkte Möcht da gerne hoch, ah, sieht shck aus ja, das hände ich ganz gerne Und heppa, sehr schön So, ein Octostemp, oh hier ist doch ein Mini-Format, okay, sieht so ein bisschen creepy aus, hi, na was du kleiner, stempeln, oh du bist so putzig, aber musst du kleiner töten, so, okay, gute Arbeit, joa, so, nächster, benutze ganz klar das Auto als Deckung, das Auto, okay, oh der hat einen Ballon gehabt, nein, lass das Auto wieder weg, ey, das Auto, das Ding, ah, wieso, ich kann auch das Ding hier benutzen, das wäre ja viel cooler gewesen, na, egal, ach, da muss ich hoch, glaube ich, oder, ich habe keine Ahnung, da muss ich hoch, Ja, so, warte mal, da wollen wir mal hoch, sehr gut, und die gibt es ans Yom Yom, das haben wir schon mal, sehr schön, fand ich bewusst, dass wir den Level vergessen haben, aber nein, gut, so, machen wir das, einmal und zweimal, sehr schön, geil, tschüss, oh, Auto-Kommandant, voraus, du bist gewarnt, was ist denn, Auto-Kommandant, oh, da ist ein Auto-Kommandant, hi, was geht so, Kollege, alles cool, okay, der Typ ist lustig, okay, wir will mal ganz gerne genauer anschauen, hi, was geht, Kollege, tschüss, gut, ist da unten was, ich denke mal nicht, ne, da ist nix, okay, aber ist da ein, ist da ein Panzer abgebildet, na, ist alles aus, oh, immer mehr schön färben, dann kannst du nach oben, das machen wir dann immer wieder gerne, der Typ ist weg, und ich wäre fast auch gleich weg gewesen, da ist noch ne Rüstung, die hätte ich ganz gerne, weil Rüstungen cool sind, und so, ich höre jetzt noch die Frage, ist hier unten noch was mir, oder, ne, nur ein Auto, hm, nie so spannend, jetzt geht er hoch, danke schön, hallo, danke schön, ha, die haben hier die, das kann man nicht einfärben hier, jetzt kann man es einfärben, gut, da habe ich es nicht eingefärbt, äh, wie wir auch weiter, ne, na gut, ein Ballon da verpasst, oder ein paar mehr, ne, nur ein, da ist ein Auto, das ist ein Auto, das stimmt, die X, das sieht man auch nicht jeden Tag, oh, krass, die X, ey, Deluxe gibt es das hier auch noch, Mensch, alles Deluxe hier, hm, ja, warum wollen wir, ne, erst mal den kleinen, na, warum bist du putzig, muss ich dich gar nicht töten, dann da ein GroKlau, noch ein kleiner, nein, oh, Schiss, gute Arbeit, kein Problem, ne, dann da unten ist alles nix, ne, da ist alles nix, gut, und da ist der Große, da ist der Nix, der Unserstörer, ja, schnapp dir den Schlüssel und verschwinden, ah, der ist unser Störber, oh, ja, du bist, äh, interessant, hi, was geht, ist jetzt irgendwie der Schlüssel, nö, ach, den hat der Typ da oben, stimmt, oben drauf, ach ja, da ist der Schlüssel, nö, so ein kleiner Miniboss, würde ich sagen, ist ja lustig, so, schnell ihn rauf, dankeschön, dich nehmen wir noch mit, äh, Alter, ich dachte, du wirst mich mitnehmen mit der Physik, und nicht mich einfach abwerfen, ja, dann, äh, schönen Tag noch, ne, tschüss, so ist das halt für die X-Stempel, okay, dann, gehen wir mal zum Behälter, und weiter, so, mach mal das, yo, oh, letzter Checkpoint, uns fehlt noch das Ding, iii, äh, warum ist das eine Plattform, oh, na, ach, man, oh, nö, oh, nö, oh, nö, ich hätte da runterfallen sollen, aber wo, ah, ist jetzt aber fies, oh, nö, oh, nö, oh, nö, oh, nö, oh, nö, na gut, ah, wo ich denn da runterfallen soll, oh, was sieht fies aus, ich hätte jetzt jedenfalls ziemlich Angst, aber du bist auch ne, 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 Dings hier, äh, wie heißt das nochmal, äh, aua, 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 ja, du tust weh, das ist okay, ja, super, das kann ja eh nochmal auf dem Vormand, guck mal, hier ist auch ne Kiste, weißt du, ach, hier ist meine Schriftrolle, alles gut, hä, hä, aber warum ist da unten noch was, hä, okay, war es denn da unten bitte drin, ab, schön, Coupon, Coupon könnte sein, ja, guter, guter, alter Coupon könnte da drin sein, na gut, okay, die zählen ja nicht, na gut, da haben wir noch was gefunden, hey, ich bin ja glücklich, ganz ruhig, weg, ich werde das nicht, was ich für Wache habe, ey, aber, Fia, du Gespitze, natürlich bin ich das, jetzt habe ich nur ein Problem, ich habe hier einen kleinen Keder gemacht, ach, das kann man auch raus, so, dann haben wir hier, und das war's, ja, jawohl, und wir haben alles, sehr schön, naja, bis auf einen Coupon vielleicht, aber wer braucht schon einen Coupon, ich schnett, die Schriftroll ist eh viel wichtiger fürs Lesen, so, Rauch steigt aus sieben Ringen, der rote Fisch entsteigt der See, zu verschlingen, alles Leben an Land, und die Predigen von Madai, Kapitel 10, Vers 10, okay, äh, okay, Religion will ich jetzt mal behaupten, ne, okay, alles klar, so, äh, ich habe noch den Eimer, und ich lande nicht in der Lücke, sehr schön, ich mag den Eimer nicht, ich müsste aber meine Sachen wieder aufwerten gehen, ne, aber, naja, zu dem ist halt, ich finde es doof, dass man die Kiste irgendwie nur in 10 und 1 platziert hat, warum kommen wir die Kiste nicht überall platzieren, das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich, aber, die werden sich schon was dabei gedacht haben, oder auch nicht, so, hi, 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 hier geht es auf jeden Fall zum Dings, da wollen wir noch nicht hin, wo geht es hier hin, äh, da geht es zum Boss, da wollen wir noch nicht hin, aber wenn wir es einmal so, ist ja auch lustig, okay, da wollen wir nicht hin, äh, da ist auch nichts, oh, jetzt können wir hier ein bisschen gut hüpfen können, äh, so, dann einmal hier rüber, dann ist hier Level 19, das suchen wir noch nicht, wir suchen Level 18, du bist noch leider bis zu früh dran, mein liebes Level, es tut mir leid, aber dich müssen wir jetzt erstmal nicht beachten, okay, dann müssen wir mit dem Schnalspan hin kommen, also kommen wir zurück, kann ich hier durchschwingen, ja, geht, äh, alles da, so, einmal hier, oh, das wird dauern, bleib hier, mein kleines Schnalspan, sehr schön, hier ist Level 21, noch viel weiter weg, ach man, bleib hier, mein Bändchen, so, das ist wieder einer dieser geheimen Ballons, da gucken wir uns die uns hinbringen, äh, oh Gott, ja, natürlich komme ich da ganz schnell hin, warte, und da sind wir schon wieder weg, naja, komm, egal, brauchst du eh nicht, äh, die Kisten weg machen, äh, dann immer hier hoch gehen, da kommen wir so nicht hoch, da kommen wir so nicht hoch, da geht es noch irgendwo hin, äh, ist aber nicht so spannend jetzt, oder? Ach, egal, guck mal hin, hoi, kann man abkürzen, jetzt, komm mal, Gott, dann ist hier Level 20, auch noch zu weit, ach man, jetzt haben wir alle Levels gefunden, außer der wir versuchen, oh, dum, 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 sehr gut, okay, ne, da will ich nicht noch mal machen, das Ding, wir können hier hoch gehen, so, da geht es einfach irgendwo hin, dann geht es da irgendwo hin, und dann ist hier mein Antiovium schon mal, sehr schön, so, du lülüt, du lülüt, du lülüt, du lülüt, so, das wird hier mein Level 18 sein, ne, ja, das ist Level 18, Level 18, Turm hoch, überlegen, ui, alter, bin ich jetzt hier in Galaxy angelangt, okay, der ganze Schreit, hier muss das Seapod-Signal blockieren, los geht es nochmal, vier, ja, da saßen wir was, allein mit dem Konzentrator, finde ich so cool, aber noch gut, die Stimmung ist ja mal hier total cool, so Weltraumstimmung, und dann das Teil hier, komm, ich muss ausweichen, da war ich tatsache immer aus, das war ja wüssig, ja, warte, ja, was ist das Ding, habe ich alle, habe ich alle, habe ich aber alle, cool hier, gefällt mir, das gefällt mir, da, bevor wir hier reingehen, aber nur Lebenspunkte, äh, nein, Fischeier, so, Alter, voll cool hier, können wir uns aber mal im Keksi-Level sein, nicht ganz, aber, äh, ja, fast, weg, eine Art, wie heißt die Treppe noch gleich, Wendeltreppen, Wendeltreppen, hat das Ding gesagt, Wandel, Windel oder Wandel, wäre schon da drauf gekommen, naja, wäre es auch, ich helfe eben, wo ich kann, könnt ihr mal die Schnauze halten im Funk, so, erstmal den Ballon, der ist wichtig, naja, aber nicht runterfallen, gleich Nico, so wie die nun auch, wäre nicht, da ich gleich sterben muss, davon, vielleicht den Ballon, Ballon lassen sollen, äh, äh, Windeltreppen, Gott, die hat Windeltreppen gesagt, sehr schön, hab ich doch Windeln gelesen, ich wandel, hallo, weg, dankeschön, du bist, wir sind zu früh gespawnt, mein Lieber, lass mich mal hier in Ruhe, so, ciao Ballon, bisschen Rüstung, da war auch schon jemand auf mich, hab mich auch schon erkannt, auch sehr eng hier, ist der Wasser aufgeladen, klar, immer, tschüss Ballon, naja, so, dann haben wir hier, Fische, na gut, noch keine, Antiofium oder schriftvolle, gefunden, hier ist der Turm, wo es darum endlich geht in den Level, so, zack, zack, äh, ja, und ruft da, ach, jetzt kommt das, die Geschichte hier, gut, gut, ja, wir sind immer gut, gut, geil, einmal schön hier oben den Turm rang sliden, und alle Gegner mitnehmen, das ist cool, oder habe ich jetzt leider falsch getroffen, äh, und das wird, oh, das hat klappt, Eieieiei, wir würden den Fisch gehen, aber mitnehmen, na, oh, heute ist mir klappt, okay, warte mal, soll mal gucken, hier geht es weiter, dieses ist denn so eine leere Tufelstoße, aber egal, wenn wir es schon Sinn haben, okay, wollen wir da hoch, sonst wären wir runtergekommen, ne, runter ist nix, ne, dann sind wir, glaube ich, in so einem Looping drin, oder, ich guck mal kurz, oh, Schatz verpasst, ja, ja, jetzt kommen wir da schon hin, oh, ne, da dürfe nix sein, ja, okay, es geht wieder nach unten, ja, okay, aber cool sieht es trotzdem aus, hui, und wieder rauf, so, cool, ey, den haben wir, siehst du, ich habe noch ein paar Tintfischlinge bekommen, sehr schön, erst was morbiert, morbid, aber, was ist denn mit morbid, morbid, okay, morbid, aber lecker, na ja, gut, so, und, perfekt rausgekommen, auch ein bisschen knapp da, okay, so, weiter geht's, hier müssen jetzt aber mal was, langsam was kommen, oh, ich bin auch der Sniper, okay, warum habt ihr so krasse Lichtstrahlen, so, wie habt ihr hier richtig krasse Lichtstrahlen, hallo, ist mal ganz ruhig hier, okay, warte, jetzt wartet doch mal, warum soll die Lichtstrahlen hier so krass, kann man das mal erklären, wieso sind die viel röter als sonst, haben wir, das ist der andere Typ noch da, ne, hä, der hab ich da nicht getroffen, was ist das ja auch für ein Gerücht, hui, 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 so, okay, machen wir jetzt mal alle weg hier, bevor wir uns hier umgucken, und tschüss, und hier ist eine Rüstung drin, okay, aber wir haben ja auch nicht alles durch hier, aha, guck mal was ist da unten, zum Beispiel, hu, das war knapp, meine Schriftrolle, ju, prima Fund, ja, ein prima Fund, das finde ich auch, so, einmal höch, so, dann längst, da geht es weiter, ich denke mal nicht, dass es jemand an die O-Wür, wo ist, deshalb gehen wir einfach mal weiter, und vielleicht kann es ja noch kommen, ne, ist es hier hinter, nein, oh, dann ist noch eine Kiste, na, muss ich doch noch mal gucken gehen, hier ist doch noch mal viel zu gucken, vielleicht ist auch noch ein Coupon drin, Coupon wäre natürlich auch cool, aber wie komme ich da runter, von hier, Tatsache von hier, ist ja lustig, so, hi, Coupon, sehr schön, ah, ich hätte von hier auch runter springen können, na egal, so, ja, das reicht doch wieder nicht, ne, so, jetzt reicht es, gut, ja, sonst wäre ich nicht, dass das Anti-O-Wür ist, aber dann werden wir schon gleich noch irgendwie hinkommen, weiter, der letzte Checkpoint, okay, alle mitnehmen, ich wollte alle mitnehmen, als wir klein waren, haben Ole und ich nachts Sterne zusammengezählt, schön, das machen wir weg, das machen wir weg, das sind Rüstungen drin, hier sind die Schwämme drin, machen wir erstmal die Schwämme weg, ach, wir müssen das hier gleich bewegen, oh, das ist aber lustig, so, Haltung haben wir, ach, wir sind alleine, oder? wir sind alleine, okay, ne, ich meine Schwämmchen kaputt machen, weg, ey, unter Rana, ich bin gerade, was nostalgisch, war schon gerade, sie kommen von oben, ja, ja, ich weiß, erst mal Ballon haben, der war wichtiger, auf jeden Fall hat er mir gerade rübergefallen, der Typ, auuutsch, Auto-Schergen, oh, diesen Fies, diese richtig fies hier, mit dem Teil hier, warte, komm schon, weg, das hat ich ungewöhn, nein, ich hab's doch, alter, wir sollen Auto schützen, ja, warte mal, ja, ja, warte mal, warte mal, ich bräuchte ja nicht besiegen, ne, also naja, was macht der mal den Schwamm kaputt, warte, ich will die haben, danke schön, äh, Hilfe, Hilfe, warte, da kriegen wir alles hin, wir Freunde, da kriegen wir alles hin, wir können auch Freunde werden, oder eher nicht so, ne, nicht so, gut, ja, dann ist das aber mein Fisch, ne, wollt ihr mich kaputt machen, ne, wir können nicht kaputt machen, egal, ich nehm ihn einfach mit, aber wir haben alles gefunden, das ist das wichtigste, ach ja, Turbohr überlegen, und ne, bang, eine Darstellung aus dem Mittelalter, sie zeigt die große Salmonidenwanderung, die alle 70 Jahre stattfinden soll, Kunst, Mensch, das ist Kunst, Freunde, habt ihr schon mal solche schöne Kunst gesehen, ich auch nicht, so Leute, und damit sind wir auch wieder durch mit dem Part, Mensch, so schnell geht die Zeit um, ähm, ja, das war Level 18 und 17, und beim nächsten Mal kümmern wir uns um 19, und hoffentlich auch um 20, äh, und wir müssen hier noch, äh, noch was finden, ne, weil wir mal ne Übersicht, äh, ja genau, die Schriftrolle wieder mal, also den Stempel, werden wir noch alles finden, hoffentlich, und ja, das war es auf jeden Fall von diesem Bad, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und bis dahin, tschau, euer Nilsitendo, Nico, tschau,